In diesem Kapitel werden verschiedene Techniken für die Pflege von Grünland vorgestellt. Hierbei geht es dann um die Pflegetechnik im Detail von der Wiesenschleppe, dem Wiesenstriegel, den verschiedenen Möglichkeiten eine Nachsaat zu vollziehen. Wir werden kurz über Durchsaatmaschinen reden, genauso über verschiedene Arten von Balzen im Grünland und Mulcher. Kommen wir zur Wiesenschleppe. Die Wiesenschleppe ist das Gerät, was vermutlich auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb mit nennenswertem Grünlandanteil rumsteht. Eine Wiesenschleppe ist relativ kostengünstig und ist auch sehr simpel aufgebaut. An dem Beispiel hier sehen wir, dass die Wiesenschleppe einen Grundrahmen hat. Dieser Grundrahmen liegt meist vorne und hinten auf. Das hat schon den Effekt, dass etwaige Maulwurfshügel oder Kuhfladen direkt eingeebnet und verteilt werden. In der Mitte haben die Wiesenschleppen diese typischen Schleppfelder, wo dann meistens eine Art Kettengeflecht drin hängt. Dieses Kettengeflecht kann aber unterschiedlich geformt sein. Es kann zum Beispiel Sterne geben, die Zinken dran haben. Die sind noch mal ein bisschen effektiver. Es kann aber auch Wiesenschleppen geben, die einfach nur Ringe haben, die sie hinter sich herziehen. Generell ist das Positive an der Wiesenschleppe, dass sie eben kostengünstig ist, dass man relativ hohe Flächenleistungen je nach Arbeitsbreite damit ermöglichen kann und dass man das Gras durch den Knickreiz zum Wachstum anregt. Die Wiesenschleppen sind aber nicht optimal. So sind sie beispielsweise nicht in der Lage, verglichen jetzt mit dem Striegel, ausreichend die Grasnarbe zu belüften. Das heißt, abgestorbene alte Pflanzenreste, Moos und der ganze Filz kriegt eine Wiesenschleppe nie in dem Maßen hoch, wie es ein Wiesenschleppel hinbekommen würde. Auch sind sie relativ anfällig gegenüber Verzug. Also wenn ihr beispielsweise Gullideckel in eurem Wiesn habt und daran hängen bleibt, dann könnt ihr in der Regel auch eine neue Wiesenschleppe kaufen. Die Wiesenschleppen an sich, sofern sie denn diese gezahnten Hängefelder in der Mitte haben, sollten auch regelmäßig begutachtet werden und gegebenenfalls erneuert werden. Denn wenn die Zähne abgenutzt sind, das passiert relativ schnell, dann ist der Effekt, den diese Zähne haben, noch mal viel geringer und dann ist überhaupt fraglich, ob es wirklich Sinn macht, mit einem Traktor und diesem Gerät seine Zeit zu investieren, um das Grünland zu pflegen, weil außer diesem Anknickreiz und ein klein bisschen Einebnung nur wenig an Effekt übrig bleibt. Das ist das Modell Wiesenschleppe sinnlos. Hier sehen wir, abgesehen von der Arbeitsbreite, es geht um das Feld, um das Schleppenfeld. Hier sehen wir verschiedene Ringe, die aber keine Stachel dran haben. Und die werden einfach nur drüber gezogen, das ist relativ wirkungslos. Die Dinger sind günstig, die verkaufen sich auch ganz gut. Aber so viel bringt das eurem Grünland nichts. Das ist jetzt die Bauform einer Wiesenschleppe, die schon mehr Sinn macht. Wir sehen, dass der Rahmen ziemlich stabil ist. Rechts und links habt ihr Gleitkufen. Auf den Gleitkufen lastet das Hauptgewicht. Und vorne die Metallstange oder das Dreieck, was da eingeschweißt wurde, das dient dazu, eben Erdhaufen oder Kufladen zu verteilen. Das Eckenfeld hinten dran ist so aufgebaut, dass die verschiedenen Krallen nach unten gerichtet, eingehängt wurden. Und dann eben so gut es bauartbedingt halt eben geht, das Moos und das ganze Filz aus den Flächen rausziehen können. Aber passt da auch ein bisschen auf, wie sehr das Ding schon abgenutzt ist, weil sonst wird das relativ wirkungslos. Es ist übrigens möglich, diese Innenleben einer Wiesenschleppe nachzukaufen. Und dann sollte man sich vielleicht, wenn sie ein bisschen gelaufen ist, doch mal die Arbeit machen und das Eckenfeld wechseln. Jetzt kommen wir zu der Variante, die ein bisschen effektiver ist. Also was heißt nicht ein bisschen effektiver, das Ding ist top. Und das ist der Wiesnstriegel. Die gibt es natürlich auch von verschiedenen Herstellern, werden wir auch gleich noch sehen. Das ist aber das Gerät, was meiner Meinung nach am meisten und am besten Arbeit hinterlässt. Wir sehen ganz vorne, direkt hinter dem Anbaupunkt, eine sogenannte Crossboard-Reihe. Ein Crossboard, das ist quasi einfach eine Planierschiene, die federnd aufgehängt ist und die dient zur Einebnung. Dann sehen wir im nächsten Schritt über die gesamte Maschinenbreite verteilt Stütz- und Tasträder. Und das ist wichtig, um die Maschine im Optimalfall passend zum Boden zu führen. Hinten dran ist dann nun das Striegelfeld. Striegel sind einfach Zinken, die auf Schlepp stehen und über oben diese Feder nachgeben können. Wenn man genau hinsieht, kann man auch schon erkennen, wie der Striegel die abgestorbenen Pflanzenteile nach oben zieht. So ein Wiesnstriegel ist relativ teuer im Verhältnis zur Wiesenschleppe. Aber der macht auch richtig gute Arbeit und man braucht ihn auch nicht nur im Frühjahr benutzen. Man kann ihn nach jeder Beweidung verwenden oder auch einfach mal so zwischendrin zur Pflege. Der hier dargestellte Wiesnstriegel von Köckerling, der ist ein bisschen besonders in seiner Bauform. Der ist relativ robust und stabil gebaut. Man kann den sehr gut einstellen über die tiefen Führungen der Räder. Ihr seht da oben so eine kleine Spindel, an der man drehen kann. Und der hat noch ein Nachsaatgerät direkt mit oben drauf verbaut. Das ist nun eine etwas einfachere Variante eines Wiesnstriegels, die aber mit Sicherheit auch funktionieren wird. Wieder vom Prinzip her im Crushboard vorne. Dann das Striegelfeld mit Zinken auf Schlepp und hinten dran sehen wir noch eine Glattwalze verbaut. Kommen wir zu den Nachsaatstreuern. Bei den Nachsaatstreuern gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder können wir das so machen, wie wir es gerade eben auf dem Köckerling Grasmaster gesehen haben, dass wir quasi einen kleinen Air-Sieder, also ein Nachsaatgerät, was pneumatisch funktioniert, auf der Maschine montieren und über Schläuche dann in das Zinkenfeld einleiten und dort dann unser Saatgut platzieren. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Das, was wir hier sehen, ist eine Variante, die auch funktioniert, allerdings nicht so effektiv ist. Das ist ein sogenannter Kleinmengenstreuer. Man kann damit auch Schneckenkorn streuen, deswegen wird er landläufig auch Schneckenkornstreuer genannt. Und diese Kleinmengenstreuer, die dosieren einfach ein gewisses Volumen Strom aus. Die werden elektrisch angetrieben und der Grasdarm wird unten über diese kleine Streutellerscheibe in der Breite verteilt. Man stellt die dann so ein, dass sie so breit ist wie der Traktor oder ein bisschen breiter wirft und dann rieselt das Saatgut zu Boden. Das war es dann aber auch schon. Also wenn jetzt Windeinflüsse herrschen, dann ist das Nachsaatergebnis sehr, sehr ungleichmäßig. Und man muss sich auch immer vor Augen halten, wenn der Grassamen auf der bestehenden Grasnabel landet, wird er nicht keimen. Er braucht Bodenschluss, das heißt, er muss irgendwie unten reinkommen. Es würde jetzt mehr Sinn machen, wenn wir vorne den Streuer haben und hinten dann eine Wiesenschleppe bzw. einen Wiesenstriegel, dass man die Chance hat, dass das irgendwie auf Freiflächen fällt und somit Bodenkontakt bekommt. Hier ist nochmal die Variante, wie wir sie gerade eben von Köckerling gesehen haben, von einem anderen Hersteller, der sich Einböck nennt. Auch hier haben wir wieder vorne ein Crossboard angeordnet, hinten dran das Striegelfeld mit den Zinken auf Schlepp und obendrauf sitzt wieder ein kleiner Ersiede. Das heißt, das Ding ist entweder hydraulisch oder elektrisch angetrieben, erzeugt einen Luftstrom. In den Luftstrom wird das Saatgut dosiert und ihr seht die Schläuche, die auf der Maschine verlegt sind. Die gehen dann quasi in das Zinkenfeld hinten rein und pusten das Saatgut direkt bodennah auf das Kühnland auf. Und hier ist natürlich die Chance, dass unser Saatgut wirklich auch auf dem Boden ankommt und Kontaktschluss kriegt mit dem Wasser zum Beispiel. Viel größer, als wenn ich es einfach nur so lapidar oben drüber streue. Das ist jetzt nochmal die Musterlösung, wie sie von dem blauen Hersteller verbaut wird. Ihr seht mehr Technik drin, ihr könnt das Gerät präziser in der Tiefe einstellen. Und wenn ihr mal die Schläuche verfolgt, wo die hingehen, das sind quasi die weißlich erscheinenden Schläuche, die PVC-Schläuche, die von dem Saatgutbehälter ins Zinkenfeld gehen. Am Ende dieser Schläuche sind so kleine Preilteller und die schmeißen das dann quasi in die Breite. Der Windeinfluss, also der Störfaktor Wind, der ist hierbei relativ ausgelöscht. Also die Nachsaat mit diesen Geräten funktioniert sehr zuverlässig. Kommen wir zu den Mulchern. Mulchen tue ich im Grünland vor allem dann, wenn ich eine Beweidung, eine vorhergehende Beweidung hatte. Oder aber, um einen Weidezaun zu stellen, erstmal frei mulchen will. Was wir hier sehen, ist ein klassischer Schlegelmulcher. Das heißt, wir haben in der Mitte eine rotierende Welle, an die so kleine Hammerschlägel beispielsweise angebaut sind. Die Welle rotiert und schlägt das Gras quasi ab. Das ist kein sauberer Schnitt, sondern das ist eher so ein Fetzen oder Rupfen. Mulcher sind ziemlich robust. Die können schon einiges wegstecken. Dennoch sollte man mit dem Mulcher ein bisschen bedacht umgehen. Mulcher ist jetzt keine Allzweckwaffe. Der hier angebauten Heckmulcher hat eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter, 3 Meter und ist seitlich verschwenkbar. Es gibt auch noch die Variante, dass ein Mulcher in der Front hängt. Stellenweise, ihr seht das an diesem Bild, wie auch an dem Bild, was ich gerade eben gezeigt habe, kann man die Mulcher sowohl für den Front- als auch den Heckanbau kaufen. Also die sind dann für beides vorgerüstet. Man muss dann eine Getriebeumstellung nochmal vornehmen, aber das ist alles kein Act. Es gibt aber auch richtungsgebundene Mulcher. Die könnt ihr nicht einfach in die Fronthydraulik hängen. Noch eine Sonderbauform von Mulchgeräten ist der sogenannte Böschungsmulcher. Böschungsmulcher haben einen kleinen Auslegearm, der sich neigen lässt. Und somit kann ich ganz wunderbar, wie hier zum Beispiel dargestellt, an Gräben oder Rändern oder Hanglagen die Kanten sauber wegmulchen. Und das ist auch schon ein Vorteil, um das Grönland sauber zu halten und generell die Landschaft zu pflegen. Weil ihr werdet von euren Verpächtern nur künftig auch die Flächen erhalten, wenn ihr ordentlich damit umgeht und auch die Flächen sauber haltet und ordentlich pflegt. Also einen guten optischen Zustand versetzt. Dafür kann so ein Böschungsmulcher schon helfen. Der Böschungsmulcher muss nicht geneigt werden. Er kann natürlich auch quasi waagerecht hinter dem Traktor geführt werden und funktioniert dann wie ein ganz normales Mulchgerät, so wie ich es eben vorgestellt habe. Das hier ist eine richtig coole Empfindung. Das gibt es schon ein bisschen länger, das war aber lange nicht ganz so marktreif gewesen. Aber jetzt gibt es ja echt gute Geräte auf dem Markt. Und das ist ein Mulchgerät, was dazu dient, eine feste bestehende Weideumzäunung frei zu mulchen. Ihr wisst, dass der Elektrodraht von eurem Weidezaun möglichst wenig bis gar keinen Kontakt zu frischem Gras haben sollte, weil sonst einfach zu viel Strom ins Erdreich abgeführt wird. Und ja quasi dieser Effekt des Elektrozauns gegenüber dem Tier an Wirkung verliert. Diese Mulchgeräte arbeiten etwas anders. Es sind in der Regel Sichel-Mulchgeräte. Das heißt, ihr habt eine rotierende Scheibe, wie beim Rasenmäher quasi, an die an den Enden ja quasi wie so Schneidscheibenblätter angehängt sind. Und das rotiert und dadurch kommt dann der Mulch-Effekt. Und diese Geräte sind federbelastet häufig ausgerüstet, sodass ihr quasi einfach nur als Traktorfahrer an dem Weidezaun oder an den Pfosten vorbeifahren müsst. Und das Mulchgerät schwenkt ganz automatisch ein und wieder aus. Und ihr seht selbst, es wird kaum Gras stehen gelassen in direkter Pfostennäger. Also eine wunderbare Möglichkeit, wenn mal ein bisschen Geld auf dem Betrieb übrig ist, das vielleicht noch vor Jahresende weg muss, so ein Gerät kaufen. Und schon ist die ganze Plackerei für den Opa und den Azubi Geschichte. Bei den Durchsaatmaschinen, wir haben sie schon kennengelernt in der vorherigen Stunde. Hier am Beispiel eine Maschine des niederländischen Herstellers Fredo. Eine Durchsaatmaschine sät durch die bestehende Grasnahme hindurch. Vorne die Scheiben sind so angeordnet, dass sie eine kleine Rille formen, aber nicht zu groß. Wir wollen ja nicht zu viel von der Grasnarbe zerstören und die sind relativ stark mit Gewicht belastet. Das heißt, diese Scheiben schneiden zuverlässig durch die Grasnarbe hindurch. Ihr seht die roten Schläuche, die von oben runterkommen und quasi direkt hinter die Scheiben gehen. Das ist dann die Saatgutdosierung. Ansonsten funktioniert das Ding so ähnlich wie eine ganz normale Kastendrillmaschine auch. Nur, dass wir hier hinten nochmal die Walze haben zum Andrücken. Hier nochmal in einer anderen Ansicht. Vorne das Scheibensegment, das in den Boden eintrifft. Dann die Zuführung des Saatgutes. Und hinten dran dann nochmal die Walze, die das wieder andrückt. Diese Geräte sind sehr effektiv. Und der Erfolg der Durchsaat, die ich durchführe, die ist auch wirklich sehr hoch. Im Vergleich zu der Technik, die wir gerade eben betrachtet haben mit den kleinen Streugeräten. Kommen wir zu dem Thema Walzen. Häufig verbreitet, gerade bei uns in den Mittelgebirgen, sind auch die Glattwalzen. Glattwalze heißt einfach, ich habe eine Stahltonne, die irgendwie an einem Fahrwerk aufgehängt ist. Häufig sind diese Walzen dann noch mit Wasser oder mit Sand gefüllt. Und diese Walze wird dann dazu verwendet, im Frühjahr, wenn die Grünlandbestände aufgefroren sind, die Grasnarbe wieder anzudrücken. Ihr wisst ja, die Feuchtigkeit in der Erde dehnt sich bei Frost aus. Und das kann eben dazu führen, dass das Gras mit nach oben abgerissen wird. Und somit reißen auch die Wurzeln ab. Dann hängt quasi das eigentlich lebensfähige Grasbüschel mehr oder minder in der Luft. Und hat aber keine Möglichkeit, unten an die Feuchtigkeit zu kommen, die der Boden ihr liefert. Und deswegen nimmt man dann diese Glattwalzen oder generell Walzen im Grünland, um das alles wieder anzudrücken, dass wieder ein Kontakt zum Boden hergestellt wird und die aufgefrorenen Bestände eine Möglichkeit haben, weiter zu wachsen. Das ist vor allem ein Problem in Lagen, in denen wir häufig Kahlfröste haben. Kahlfröste heißt, dass wir einen Frost, einen richtig starken Frost haben, ohne dass Schnee drauf liegt. Man kann natürlich, abgesehen von den Glattwalzen, auch noch Prismenwalzen nehmen oder Campergewalzen nehmen. Die Glattwalzen noch als Ergänzung haben nämlich den Nachteil, dass vor allem bei schwierigen Witterungsverhältnissen, dass es zu feucht ist, dass sie da eher zum Schmieren neigen. Und wir wollen überhaupt nichts verschmieren bei unserem Boden. Das habt ihr schon im Bodenkunde gelernt. Hier ist die Prismenwalze. Besser bekannt als Güttlerwalze, weil sie vom Herrn Güttler erfunden wurde. Das ist auch eine recht effektive Walze fürs Grünland. Funktioniert ganz gut. Aber da ist es jetzt egal, ob ihr jetzt eine Campergewalze nehmt, eine Ringelwalze oder eine Prismenwalze. Der Effekt einer Walze ist immer derselbe, dass er den Grasbestand durch das Knicken zum Wachsen anregt und eben aufgefrorene Grasbestände wieder erdet. Eher seltener verbreitet, ich möchte es euch aber trotzdem nicht vorenthalten, ist ein Tiefenlockerer fürs Grünland. Der funktioniert quasi genauso wie der für den Ackerbau. Ihr habt vorne ein Scheibensech, was die Grasnarbe ordentlich durchschneidet. Das seht ihr auf der gelben Abbildung ganz vorne, hängt unter dem Anbaubox und scheiden sich. Das läuft quasi in Höhe der Grasnarbe, durchtrennt sie. Und hinten dran folgt dann häufig mit Hydraulik vorgespannt ein Tiefenlockerungsschar. Und das hebt dann die Erde in der Tiefe an und lässt sie nach Passage des Schars wieder fallen. Dadurch kommt es zu einer Scherkraftbewegung im gesamten Erdbalken, der angehoben wurde. Und Störschichten, die oberhalb waren, sind dann aufgebrochen. Angedrückt wird das Ganze zum Schluss natürlich auch noch. Das ist auch wichtig, um die Maschine zuverlässig in der Tiefe zu führen.